Es ist mal wieder extrem kalt draußen, der Winter ist eingebrochen, es liegt Schnee und was gibt es da Besseres als Handschuhe? Ja, aber in diesem Fall sind es ganz besondere Handschuhe und zwar Handschuhe, welche beheizbar sind. Das heißt, diese Handschuhe enthalten einen Akku und werden von innen beheizt. Ja, und wenn dich das interessiert, wenn du auch beheizbare Handschuhe willst, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werde ich dir diese Handschuhe mal näher vorstellen. Ich werde dir sagen, was sie alles können und was ich davon halte. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist zu Schwincenz und heute geht es um beheizbare Handschuhe. Diese gibt es in mehreren Farben, in schwarz und in weiß und natürlich in verschiedenen Größen. Ich habe dir die Handschuhe unten mal verlinkt, kannst du mal reinklicken, kannst dir nähere Details dazu holen. Aber ich würde sagen, ich stelle sie dir erstmal genauer vor und dann werden wir sie auf Herz und Nieren draußen in der Kälte antesten. Kommt mit! Für jeden Handschuh gibt es einen Akku mit 3000 mAh, 7,4 Volt, welches natürlich mit einem Ladegerät geladen werden können. Man kann beide Akkus auf einmal mit dem Ladegerät laden. Ja, ansonsten, der Handschuh ist größenverstellbar. Das heißt, wenn wir diesen anziehen, können wir hier die Größe einstellen. Das heißt, wir können ihn hier nochmal zuziehen, damit er richtig dick ist. Und wir können ihn hier unten am Handgelenk auch nochmal zuziehen, damit hier kein Wind und keine Kälte hineinfahren kann. Also ihr könnt diesen wirklich direkt eurem Arm und natürlich eurer Hand anpassen. Das Ganze ist PU-Polyester, das bedeutet, die Handschuhe sind wasserdicht. Und das Tolle ist, ihr habt hier an allen Fingern die Display-Touch-Funktion. Das heißt, wenn ihr die Handschuhe anhabt, könnt ihr trotzdem euer Display auf eurem Smartphone verwenden. Also ihr müsst nicht die Handschuhe ausziehen, um euer Smartphone bedienen zu können. Und das ist bei den meisten Handschuhen ja nicht so. Die meisten Handschuhe haben nur den Daumen und den Zeigefingern. Hier habt ihr das an allen fünf Fingern. Ihr habt hier oben die Power-Taste, um den Akku zu aktivieren, beziehungsweise die Heizfunktion zu aktivieren. Und hier unten habt ihr den kleinen Reißverschluss, wo natürlich der Akku eingesteckt wird und mit dem Kabel, mit dem Stecker verbunden wird. Das heißt, der Akku liegt hier oben auf eurer Handfläche und beheizt euch sozusagen die Hand, die draußen normalerweise kalt werden wird. Hier an der Handfläche ist der Handschuh noch mit Kunstleder verstärkt, sodass dieser nicht so schnell kaputt gehen kann. Ihr könnt den Handschuh auf drei Stufen einstellen. Mit der niedrigsten Stufe heizt der Handschuh für sieben Stunden. Es ist eine Bedienungsanleitung enthalten, ein Ladegerät, die beiden Handschuhe sowie die beiden Akkus und ein kleines Säckchen. Der Handschuh ist von innen ganz weich gefüttert mit Vlies, sodass er alleine schon ohne die beheizte Funktion sehr warm gibt. Also ihr könnt das sehen, schönes, weiches Vlies. Und durch die Heizung bekommt ihr selbstverständlich keine kalten Hände mehr. Hier haben wir noch einen Grip, das heißt so einen Übersteher, falls ihr irgendwo mal etwas wegkratzen wollt, Eis wegkratzen wollt von irgendeiner bestimmten Fläche. Ich würde sagen, wir installieren einfach mal die Akkus in die Handschuhe hinein. Das heißt, wir stecken hier den Akku in den Stecker und schieben den Akku hier oben in unser kleines Fach, machen den Reißverschluss zu, ziehen den Handschuh an, welcher wirklich sehr bequem ist, und drücken hier lange auf die Power-Funktion. Und ihr seht schon, wenn ich hier lange drauf drücke, fängt das an zu leuchten. Drücke ich nochmal drauf, erhöht sich die Leuchtkraft und drücke ich nochmal drauf. Also wir haben hier drei verschiedene Stufen und ich merke schon, wie der Handschuh bis in die Finger warm wird. Wir haben ein blaues Licht, welches die niedrigste Stärke ist, ein grünes Licht mit mittlerer Stärke und das rote Licht mit der größten Stärke. Drücken wir wieder lange drauf, schalten wir den Handschuh komplett aus, beziehungsweise die Wärme-Funktion. Und wir haben hier auch eine Displayanzeige, sodass ihr sehen könnt, wie voll der Akku noch ist. 25, 50, 75 und 100 Prozent. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus, wir machen einen Spaziergang und schauen mal, ob die Finger wirklich schön warm bleiben. Man merkt wirklich, die Wärme zieht bis in die Finger hinein, nicht nur am Handrücken, sondern auch wirklich bis in die Finger, was ich bis jetzt bei anderen Handschuhen so nicht erlebt hatte. Aber ich würde sagen, wir gehen raus, kommt mit. Herrlich, herrlich, einfach herrlich, diese schönen, warmen Hände in diesen Handschuhen. Also ich bin erst mal absolut begeistert davon. Endlich Schluss mit den kalten Händen. Ja, absolut toll, wie diese Handschuhe hier wärmen. Ich bin echt begeistert. Ja, der Winter ist da und die Hände sind warm. Was gibt es Schöneres? Denn normale Handschuhe werden einfach mit der Zeit kalt. Und hier ist das nicht der Fall. Die Handschuhe wärmen wirklich perfekt. Mein Fazit zu diesen Handschuhen, man kann diese wirklich perfekt dem Arm anpassen, der Hand anpassen mit den beiden Verschlüssen. Sie halten wirklich richtig gut warm. Ich hatte jetzt einen Spaziergang gemacht von einer Dreiviertelstunde. Und ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit warme Hände. Und ja, der Akku hält natürlich, obwohl ich das Ganze auf der höchsten Stufe die ganze Zeit hatte. Ja, ein tolles Weihnachtsgeschenk für jeden aus der Familie, damit man einfach keine kalten Hände mehr bekommt. Ich kann diese Handschuhe wirklich nur wärmstens empfehlen. Wärmstens wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe sie dir unten verlinkt. Klick einfach mal rein. Hol dir nähere Details. Lest sie durch, was andere Käufer über diese Handschuhe sagen. Sie sind alle begeistert davon. Genau wie ich. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und Arrivederci, dein Zusch, Vincenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe, welches bestimmt auch interessant für dich ist. Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall immer warme Hände. Abo und Like nicht vergessen. Ciao und bis gleich. Absolut genial für diese kalte Jahreszeit. Bis zum nächsten Mal.